Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Videoreihe Kirchen und Orgeln der Umgebung. Auch wenn ich mich hier im Übigauer Gemeinderaum befinde, so hat dieses Video doch auf der einen Seite etwas mit Orgeln als auch mit der Umgebung zu tun. Denn unser Kirchendreiz Bad Liegenwerde hat sich vor kurzem von der niederländischen Firma Klop eine neue Thrunorgel gekauft. Das ist dieses Instrument hier und diese Thrunorgel wandert immer mal von Gemeinde zu Gemeinde, tut hier und da und dort ihren Dienst und ist im Moment hier bei uns im Übigau im Gemeinderaum stationiert. Und um dieses kleine hübsche Instrument soll es in diesem Video gehen. Ja, zunächst mal, was ist überhaupt eine Thrunorgel? Eine Thrunorgel ist im Prinzip eine kleine Orgel, die sich hier in so einem Kasten befindet. Und in den Kasten kann man auch reingucken. Da befinden sich hier ganz viele verschiedene Pfeifenreihen, gedackte Rohrflöten, Oktaven, die hier auf engstem Raum ineinander geschoben stehen. Denn sie müssen ja alle auch in dieser kleinen Kiste hier sozusagen Platz haben. Hier an der Seite gibt es dann auch einen kleinen Stromanschluss. Denn so eine Orgel braucht ja auch Wind. Und ganz unten unter den Pfeifen befindet sich dann noch ein ganz kleiner Motor, der den nötigen Orgelwind erzeugt. Hier auf der anderen Seite dann, wie man das kennt, eine Klaviatur, um spielen zu können. Und hier drüben die Registerzüge, um die verschiedenen Register und damit verschiedenen Klangfarben wählen zu können. Und wie die klingen, das hören wir uns jetzt mal an. Als Register haben wir an dieser kleinen Orgel zunächst ein gedackt 8 Fuß. Doch um das einzuschalten, muss ich hier an zwei Registerzügen ziehen. Das liegt daran, weil bei allen Registern dieser Orgel die Schleifen geteilt sind. Das bedeutet, ich kann die Register jeweils für den Bass, also für den Distanzbereich getrennt auswählen. Wenn ich also jetzt bloß den Bassbereich anhabe, dann kommt im Bassbereich Töne, ab C1 kommt nichts mehr. Und wenn ich dann den Distanzbereich dazuschalte, auch ab C1, dafür, wenn ich den Bassbereich ausmachen würde, kommen hier oben Töne, aber im Bassbereich nichts mehr. Und so habe ich die Möglichkeit, auch in den einzelnen hohen und tiefen Lagen andere Klangfarben zu ziehen, aber dazu später mehr. Hören wir uns erst mal das Gedackt an. Zu Gedackt 8 Fuß gesellt sich dann auch noch eine Rohrflöte. Vierfuß und zusammen klingen die Sorgen. Auf den Vierfuß folgt nun noch eine Oktave Zweifuß, die hier natürlich auch in Holz ausgeführt ist. Vierfuß Nun gibt es zum Schluss noch eine 2-2-3-Quinte, die allerdings nur in Diskantlage ausgeführt ist. Und die ziehe ich jetzt mal dazu, sodass wir jetzt sozusagen beim vollen Werk angekommen sind. Und nun gibt es noch verschiedene hübsche Kombinationsmöglichkeiten dieser Register, wie beispielsweise Gedackt 8 und Oktave 2. Sehr schön klingt übrigens auch die Rohrflöte alleine. Ja! Und nun gibt es, wie vorhin bereits erwähnt, noch die Möglichkeit, die Register zu teilen und so den Cantus firmus, also die Melodie, besonders hervorzuheben. Und das klingt dann beispielsweise so. Nun gibt es aber hier noch eine kleine technische Besonderheit, die ich auch noch zeigen möchte. Instrumente sind heutzutage in der Regel auf den Stimmton 440 Hertz gestimmt und so auch diese kleinen Orgel hier. Nun gibt es aber gelegentlich die Situation, wenn man beispielsweise mit anderen Instrumenten zusammenspielt, die einen anderen Stimmton haben, dass man die Orgel ja dann auch an diese Stimmtonhöhe anpassen muss. Und dazu gibt es hier die Möglichkeit, die Klaviatur auszuheben und jetzt beispielsweise nach links zu schieben und dann wieder einzuhängen. Und jetzt ist der Stimmton einen halben Ton tiefer, das bedeutet nicht mehr bei 440 Hertz, das hängt natürlich dann auch von der jeweiligen Raumtemperatur ab. Aber dann ist er nicht mehr bei 440 Hertz, sondern müsste dann bei 415 Hertz ungefähr liegen. Also wenn ich jetzt C-Dur spiele, klingt das so. Wenn wir jetzt wieder auf 440 Hertz zurückgehen, klingt C-Dur so einen halben Ton höher oder so, wie er normalerweise klingen würde. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, einen Halbton nach oben zu gehen, also auf ungefähr 466 Hertz. Und das klingt dann so. Ja, das war sie also, die kleine Vorstellung der Truhenorgel unseres Kirchenkreises. Wie gesagt, zurzeit steht sie für einige Wochen hier bei uns in Übigau und ist uns eine willkommene Abwechslung, wo wir ja nun schon seit über einem Jahr hier im Gemeinderraum Gottesdienst haben, aufgrund der Kirchenrenovierung. Danach wird sie weiterziehen in den nächsten Ort und sicher auch eines Tages wieder mal den Weg hier nach Übigau finden.